also das was wir machen müssen ist wir benötigen nummern und die werden sich irgendwo an den an der wand befinden ich weiß nur nicht wo das dumme ist man kann auch nicht irgendwo anders gucken im internet denn soviel ich weiß sind das immer andere nummern muss ich halt nur finden kann euch ja mal gleich ein zimmer zeigen da sind zum beispiel welche sind auf jeden fall keine wir gucken mal oben ist nichts gibt es einhorn wirst du auch noch sehen früh genug das kann ich dir jetzt schon sagen ich muss ich muss halt nummern finden und ich weiß echt nicht wo diese sind ist alles zu ist natürlich nichts nicht auch hier war ich glaube ich auch schon dran genau also es gibt hier eine wunderschöne frau die mich töten möchte bei alex aber dennoch wie gesagt ich komme ja ab und zu ein bisschen durcheinander bei der hütte aber es geht auf jeden fall hier ist nichts ich glaube jetzt erstmal diesen gang hier durch und guck ob hier irgendwo mit blut irgendwas dran geschrieben ist nein natürlich nicht so da ist mein speicherraum das sicherste hier hier im gebäude abendkehra moin moin hier ist auch nichts was haben wir hier drin so hier gucken wir einmal schnell rein weil ich hier bin ich der meinung hier ist außer eine puppe nichts es wird doch mal ein gedanke warum das denn ach so das mit her ok ok warte mal ist ja da lang ist nichts ist natürlich zu die ist echt zu was ist denn das denn das gehen wir hier rein die schatolle ist auch zu also jeder der es nicht kennt das ist auf jeden fall die conjuring die conjuring aus ach scheiße mit überdrehen ist leer wo sind diese beschissenen nummern da komme ich wieder raus da komme ich wieder raus so hier war doch irgendwo eine batterie gerade da vorn aber wir laden nach so die haben wir eingesammelt jetzt gehen wir hier durch doch hier ist nichts hier ist nichts ist auch nichts hier komme ich natürlich nicht rein ne 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 ich brauche ich brauche wirklich die nummern also ich hab so wie ich das mitbekommen habe brauche ich definitiv die nummern ich habe nach einem schlüssel überall gesucht auf jedem schrank überall ich habe nichts gefunden das einzige das mir hinterblieben ist sind da oben ich kann nicht wie ich das angucken kann ich habe die zwei und die acht mir fehlt mir fehlen aber noch ein paar andere damit ich das damit ich so ein das kann ich eine tür öffnen kann aber ich weiß nicht wo die sind richtig richtig Alex richtig ich bin mir sicher hier ist nichts achso das ist der keller das ist der keller was ist das ja hier solche solche nummern solche nummern brauche ich war das jetzt eine neue nummer oder nee das ist keine neue nummer das äh das ist eine neue nummer genau sowas hier suche ich weiß nur nicht wo die sind vor allem jeder vor allem die ganzen räume sind noch zu ich muss auf jeden fall die speicherräume vormerken wenn die alte kommt muss ich laufen aber das schnell so hier war ich ja ich glaube hier war ich ja fuck 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 wo fuck fuck ist ist föfferend ja genau ich will die nummer der frau alter was war das grad wo ist die nette dame die uns Kaffee und Kuchen bringt ja ich bin auch gespannt drauf da hab ich grad echt Gänsehaut bekommen ne wo ist die da hinten die nummer die hab ich schon oh nein PR-Docs bist du genug boah das war grad ein Grafikfehler ja du wirst auch merken was ich hier dran was ich an der alten nicht so schön finde du wirst du noch früh genug sehen du möchtest die nummer auch alex okay kannst kannst gern haben kannst gern haben hier kann ich euch ja zeigen die nummer hab ich ja schon denke ich 822 so ich glaub die batterien respawnen immer wieder das ist gut für mich was Leute ich hab ne Tür geöffnet ich hab ne Tür gefunden geht's aber auch nicht gut oder mit dem Platz an der Hand ja so ein bisschen hä das kenn ich doch was hab ich die hä versteh ich jetzt nicht hä die was war denn das für ein Geräusch ich hab die Tür aufgemacht aber hier ist doch der Raum mit dem Kamin richtig ich geh hier wo ist die ist okay ist okay ich suche jetzt nochmal die andere Hälfte hier Anne guck mal kennst du das hier Anne kennst du den Raum hier der war doch herrlich oder nie wieder sagst du ne nicht der Typ wäre würd ich zu so dschung ne ne das wär das wär so einfach ich weiß halt nicht wie viele Nummern ich brauche also drei Stück habe ich jetzt so hier und hier ist natürlich die andere Nummer gewesen hier da die acht oh fuck ich sterbe ich sterbe ich sterbe Leute ich sterbe ich sterbe ich sterbe lauf 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 scheiße mach das Alex mach das scheiße ey ich hatte gar keine Chance abzuhauen was war denn das für die scheiße jetzt muss ich die Nummer wieder suchen ja die ist mega sexy so warte mal aber ich hatte gerade keine Möglichkeit gehabt da abzuhauen keine Möglichkeit so wo war die Nummer jetzt ja das ist die sexy Gastgeberin da habt ihr vollkommen recht ja und mir bleiben halt nur diese komischen zwei Räume äh um mich zu beschützen mag sie dich nicht äh so Martin bisschen dran arbeiten ich versuch's immer wieder ich versuch's schon die ganze Zeit aber irgendwie wird das nichts oh äh kill the beats moin moin Leute war war hier nicht noch ne Nummer vorhin tatsächlich Leute wo ist wo ist die Nummer hin wo ist die Nummer wo ist die Nummer hin oh Gott super hey lass uns doch nochmal die ganze Hütte durchlaufen um die Nummer zu finden ja selbstverständlich das macht doch Spaß dummes Stück ey ja durchsuchen wir einfach nochmal okay ach ich dachte sie kommt jetzt ja fick dich doch ey ja das glaube ich aber auch das einhorn die kommt spontan das das kann ich nicht beeinflussen so die Nummer hab ich schon wir müssen jetzt halt überall ähm nochmal entdank gehen ich brauch diese beschissenen blutigen Nummern ich brauch diese aber jetzt kann die Nummer überall dankdorfen denn äh ja die Nummer hat sich verschoben aber soviel ich weiß der einzige Feind wird erstmal nur ja ja komm ganz ruhig ganz ruhig der einzige Feind ist erstmal nur die alte Dame ne auch jetzt erstmal von nichts und niemand irgendwie Angst vor haben denn es ist erstmal nur die alte Dame vielleicht im Keller danke danke da bist du ja schon wieder wie geht's dir wie geht's dir nieder Alex wie geht's dir danke für die Fünfe auf jeden Fall danke danke oh ne das hat mich gerade so ein bisschen leicht erschrocken ne kann vielleicht was an der an den Türen sein oder so so mir geht's wunderbar dachte mir so ein bisschen ein bisschen Horror muss sein Leute ich hab ne ich hab ne Nummer ich hab ne Nummer ich hab ne beschissene fucking Nummer zack so so jetzt ist die Frage drei oder vier Nummern oh Leute ich glaub ich glaub wir sind fertig kann das sein dann müssen wir jetzt speichern dann müssen wir jetzt speichern was hast du grad gestreamt warte mal jetzt muss ich mal ich glaub ich glaub geradeaus war das bevor die alte Dame kommt müssen wir unbedingt wieder speichern rechts entlang ja ja ist okay ist okay Alex nicht du hat man gemerkt ach man aber so das ist der einzige sichere Raum aber auch nur wenn wir die Tür stießen so zack apply wie müsste jetzt gespeichert sein so es geht endlich weiter so Keller nie reingehen muss mein Handy mal ich hab der bei der hat gezockt jeden vor vor oh warum hast du nichts gesagt Mensch ich hab meinen Survivor jetzt auch auf Rang 1 bekommen ich versuche jetzt gerade den Keller auf Rang einzukriegen ach verdammt da müssen wir lang wie jeder wann wann fängst du immer an zu streamen wieder könnte ich mich ja dann morgen mit einklinken so ah witzig ich brauch ich brauch doch 4 ach verdammt du spielst auf PS4 ja scheiße war ja was 5 2 8 Leute es fehlt eine Ziffer es fehlt eine beschissene fucking Ziffer naja gibt ja nichts besseres gehen wir mal hier rein stimmt eigentlich Alex ja stimmt ich versuche es einfach mal aber jetzt weiß ich nicht müssen wir die Nummer finden oder müssen wir die Nummer nicht finden warte mal was hat er als erstes dann gezeigt 5 228 schauen wir mal nach Alex hast du hast du mit deinem geguckt oder was geguckt oder was man kommen ne komm ich glaube ich muss 8 8 2 8 8 2 5 2 mal gucken geht nicht doesn't work also ich denke mal ich denke mal ich muss die Zahl finden ich denke mal ich muss die Zahl finden das dumme ist sobald ich mich hier in so einem scheiß Raum befinde und diese komische Tante kommt habe ich verkackt ich komme hier nicht raus was ist das 9 5 7 3 habe ich habe ich das schon mal gemacht ne echt jetzt Leute wir haben Schlüssel gefunden so einfach per Zufall weißt du hat sich doch gelohnt hier hin zu gehen ich habe ein Schlüssel gefunden das kann nicht wahr sein so jetzt bin ich mal gespannt ja ich wie gesagt ich versuche jetzt mal die Nummer zu suchen und dann mal gucken hier waren wir ja ne wir wollen mal speichern wir können mal schnell speichern ne also oben ja oben habe ich die Spenden aus komisch oh sie ist da shiny ich habe was verpasst sie ist da verdammt du warst ein Fake schreck oh mein gott shiny diese Spenden ey um gottes wehen hast du mich verjagt reicht krass das zeigt allgemein nichts an zeigt allgemein nichts an shiny sorry jetzt müssen wir Räume finden ok ist ok hör auf rumzuschreien hör auf rumzuschreien ich bin's doch ah danke Kiara danke danke ja konnte ich hier was machen ja genau zieh zieh die Dinger Leute bitte nicht erschrecken da kommt definitiv gleich was da kommt definitiv gleich was kann ich jetzt schon sagen ach Gott ja komm Gott also ich sag da ist was drunter nee 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 bitte ok alter verpiss dich heilige scheiße oh fuck ah ich hab die Nummer gefunden es ist ne 4 Leute es ist ne 4 alter wer war das denn jetzt gerade sorry Anne sorry aber ey das ist jetzt das ist jetzt schon die zweite komische Frau hier was ist das hier ein Freudenhaus langsam weiß ich echt nicht was hier mal vor sich ging ey ok ist doch die Tochter ja kann gut möglich sein so hier waren wir ja schon ab und zu weiß ich nicht wo ich schon ok da können wir glaube ich auch noch rein ok stuck aber wir haben jetzt die ganzen Nummern das heißt wir speichern jetzt und gehen weiter mal Untertitelung des ZDF, 2020